Die Erdwärmepumpe Die Wärmepumpe entzieht der Umweltenergie aus drei verschiedenen Quellen. Der Luft, dem Wasser und der Erde, um die es in diesem Video geht. Unser Planet wird nicht nur durch die Sonne erwärmt, auch sein Inneres strahlt Wärme ab. Über Flächenkollektoren oder über eine Erdwärmesonde kann diese Energie genutzt werden. Bereits ab einer Tiefe von ca. einem Meter herrschen konstantere Temperaturen. Dadurch ist die Erdwärme die effizienteste Energiequelle für eine Wärmepumpe. Zur Nutzung werden in einer Tiefe ab einem Meter großflächig Kollektoren verlegt. Durch sie fließt Sohle als natürliche Energieträgerflüssigkeit. Sie nimmt Energie aus dem Erdreich auf und befördert diese zur Wärmepumpe. Die Kollektoren können aber auch vertikal verlegt werden. Die Fläche kann danach ganz normal genutzt werden. Lediglich Bäume mit tiefen Wurzeln können die Kollektoren beschädigen. Diese Art der Erdwärmegewinnung ist nicht genehmigungspflichtig. Das Grundstück muss nur über eine ausreichende Größe verfügen. Eine andere Art, um Erdwärme zu gewinnen, ist mithilfe einer Sonde. Für die Sonde wird bis zu 100 Meter in das Erdreich gebohrt. Am Ende befindet sich die Sonde. Danach wird Sohle vom Haus durch sie hindurchgepumpt und wieder zurückgeleitet. Dabei dient die Sonde im Sommer als passive Naturkühlung. Sie kühlt ihr Haus allein mithilfe der Umweltspunkten. So sparen sie Energiekosten. Aufgrund der Bohrung ist diese Art genehmigungspflichtig. Dabei helfen wir ihnen gerne. Die Erdwärme ist von der BAFA mit maximal 45% förderbar. Sie ist wartungsarm, verfügt über eine lange Lebensdauer und sie kann im Sommer effizient zum Kühlen ihrer Räume genutzt werden. Sollten sie noch Fragen haben, kontaktieren sie uns über unsere Homepage. Wir beraten sie gerne.